Untertitelung des ZDF, 2020 Achievement Haunted Dum 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 Hum 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 Pass auf, wir ist ganz nach etwas übermäßiger Gewaltanwendung. Die haben meine Roboter geschrottet, die Pissnelken. Ich glaube, es hakt. Diver Kill. Triple Kill. Okay, hoist es dann. Doodoo doodoo. So, jetzt gehen wir zurück zur Stadt. Vielleicht kann ich dann auch entweder in diese Höhle, in der du drin warst. Hättest du sagen können, dass du da auch nichts mit dem Richter gemacht hast? Nie redest du mit mir! Kann sein, dass ich durch Touch-to-Talk vergessen habe zu drücken, aber... Hätte ich jetzt auch... Ist das so? Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Schwing die Rufe, nicht die Zunge. Ich soll hier so einen Banditenspeeder benutzen? Da musst du so Fernsteuerungen dran packen. Okay. Okay. Lol. Oh, okay. Egal. Hilf den Bürgern von Rabensteinen habe ich jetzt als Quest. Ganz großes Kino. Köst abschießen. 0% habe ich für die Hilfe. Ah, ist doch scheiße, dass ich das jetzt erst sehe. Hast du was zu sagen? Okay. Durchschnittskrall. Das war... Nee, lieber. Nee, scheiße. Oh, ich habe noch eine Leuchte. Ich habe noch eine Leuchte. Ich habe noch eine Leuchte. Jetzt habe ich auch diese... Alter. Ich werde meine miese Laune einfach nicht los. Ja, ich habe noch eine Leuchte. Okay, ich würde auch noch beinendet. Ich werde auch hier, also mein Leuchte. Ich werde noch... Ich werde dich verletzten. Ah, ich werde jetzt mal Angst vor. Ich werde dich nicht erinnern. Ich werde dich verletzten. Ja, ich werde dich verletzten. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, die hab ich. Ich glaube, wir haben einfach gestumpft gegen den Baum. Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. Okay. Aua! Hm. Durchschnittskraft? Oh, ich hab die Quest fertig. Oh, die scheiß Handschuhe. Erzähl mir, was geschieht. Mein Job befestigt. Was ist das hier, mein Lieber? Folgen sind Spuren des Wildhüters? Oh, scheiße. Ich dachte, jetzt wär's endlich zu Ende. Die Questline mit dem Richter ist ewig lang. Das ist wahrscheinlich die Main-Storyline. Ich überspring den einfach nur. Äh, ich glaube nicht. Welche Fortschritte? Erfolg verliehen! Yeah, ich hab ihn geheilt. Oh nein, jetzt muss ich in diese scheiß Mine, richtig? Ja, war ja klar. Findet den Eingang zu Hales Mine. Ja, danke. Ich hab euch auch lieb. Hallo miteinander. Was brauch ich denn dafür? Ah. Okay. Was hab ich denn alles an Quizz? Das ist klar. Folge den Spuren des Wildhüter-Forschers. Ja, das fallen schliesslich. Ach, die Spur ist fallen schliesslich. Töte Agnes Crow. Wer ist denn die Kürze? Weg mit dem Slash. Hilf den Bürgern. Besorg die Blah. Töte Schwarzköpfe. Wo soll das denn sein? Ach, den. Ja, das ist die Gruppen-Quest. Okay. Okay, 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 okay. Ich guck mal, wie weit ich mit der Quest bin. Ich hab immer noch 0% den Dorfbewohnern hier geholfen. Yay! So, ich brauche nämlich das. Dann brauche ich das. Dann brauche ich Spiro-Ranken. Ja, mindestens zweimal. Ja, ich weiß, ich hab euch auch lieb. So, dann brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Bauplan laden. Okay. Bau starten. Herstellen. Vier Stück, ey. Leck mich. Ich hab sowas vermagelt. Ich hab sogar genug genug für noch eine. Ich hab noch genug Materialien gehabt, um noch eine dritte Spritze herzustellen. Für die Quest hier. Zwei da. Wie sieht's aus da draußen. Klasse Arbeit. Weiter so. So. Also ich muss sagen, meine Quests werden irgendwie nicht weniger. Okay, die kann ich erstmal minimieren. Also ich geh jetzt in die Höhle rein. Kommst du mit? Welche? Na, in der du vorhin drin warst ohne mich. Da kommt noch eine Höhle, ne? Nur als Info. Ich hasse dich. Ich hasse dich auch nicht. Achja, ich guck mal eben, ob das irgendwas noch bringt eigentlich. Wenn man Sachen macht, die man schon irgendwie zigmal gemacht hat. Nö. Da bringt es nichts. Da auch nichts. Was ist das? Achso, das ist dieser. Das müsste der Typ sein, ne? Reudiges... Reudiges Rabensteinbauer ist dann... Öffentliche Sicherheit. Hä? Da muss ich nochmal gucken. Was das genau sein soll. Achso, das ist... Ja doch, die Gruppenquest. Okay, ich geh jetzt in diese Kackhöhle da nochmal rein, ne? Wo sind eigentlich meine Bots? Ach, ich krieg gleich einen Föhn, ey. Da müsste das hier oben etwas weniger werden. Also nachdem ich das hab, dann müssten wir wieder auf einer Ebene sein, glaub ich, ne? Dann hab ich noch die Quest mit der Gruppe, also die Gruppenquest. Weg mit dem Slusch. Und der Rest ist weiter gen Süden. Du auch? Oder wie sieht das bei dir aus? Also, ich hab jetzt noch das Rätsel der Crow, also keinem macht den Slusch, weg mit dem Slusch. Spur des Fallenstellers hab ich noch. Ein Freibot-Puzzle. Das hab ich nicht, das wird Kundschafter sein. Gesucht, Schwarzpfote. Genau. Und die Steinjochschurken. Hab ich auch nicht, das wird wahrscheinlich sogar eine Anschlussquest von mir sein. Die Steinjochschurken hab ich von Anfang an gehabt, nur die ist ganz, ganz weit unten. Da kommen wir später hin. Ach so, der Schädel ist das. Den haben wir ja vom letzten Mal, als wir gespielt haben, mitgenommen. Nein, der Schädel ist das. Steinjochschurken ist nicht so ein Schädel. Was? Lass nicht zu lange auf dich warten, mein Freund. Äh, Loft-Kristall-Schädel heißt die Quest. Die müssen wir auch noch machen, ja. Okay.